Hallo, das ist für einen neuen Daily Vlog auf meinem Kanal und heute habe ich etwas vor. Einfach ein ganz normaler Tag, wie es bei mir halt so ist. So, ich weiß nicht genau, was wir machen sollen, aber ich weiß schon ein bisschen, was wir machen sollen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao! Jetzt mal die Trampolin springen und ihr seht dann die Timelapse da vorne und einfach noch so eine Timelapse vom Himmel oder so. Dann sehen wir uns nach der Timelapse wieder. Ciao! So, nach der Timelapse, die ihr gesehen habt, wie wir Trampolin gesprungen sind, sind wir wieder hier zusammen und ich glaube, ihr habt es ja gesehen, ich bin Trampolin gesprungen mit meinen Freunden und ich wollte euch eigentlich nur ein Tages vom Himmel zeigen, aber das ging leider nicht, da der Nebel zu stark war. Ich werde rausgehen und ein bisschen joggen gehen. Wahrscheinlich werde ich das jetzt gleich machen, weil draußen ist es ziemlich schön mit den Herbstflättern und so. Dann kann ich auch noch ein bisschen filmen und dann sehen wir uns irgendwann wieder im Vlog. Ciao, bis gleich Leute. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.